25 Jahre FA-Journeum. Das sind 25 Jahre rasanter Aufbau, 25 Jahre Erfolgsgeschichte. Diese lassen sich auch in einige Zahlen gießen. Wir starteten 1995 mit vier Studiengängen, aktuell umfasst unser Studienangebot 50 Bachelor- und Masterstudiengänge. Starteten wir 1995 mit knapp 150 Studierenden, so haben wir aktuell 5.000 Studierende und sind damit die drittgrößte Hochschule in der Steiermark. Diese Erfolgsgeschichte beholt aber zu wesentlichen Anteil auf dem Engagement unserer zurzeit mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gerade auch im 25. Jahr unseres Bestehens haben sie mit eindrucksvollen Leistungen gezeigt, wie man innerhalb von wenigen Tagen den gesamten Studienbetrieb auf Online-Lehre und Online-Verwaltung umstellt. Ein herzliches Dank für diesen riesigen Einsatz. Mit diesem internen Potenzial sowie der Unterstützung durch unseren Eigentümer, das Land Steiermark, sowie unseren Partnern aus Industrie und Gesellschaft, blicken wir sehr zuversichtlich in die Zukunft unserer FA-Journeum.